Die Münchner Gastro war nicht immun gegen Corona. Das Gastgewerbe war mit am stärksten von der Pandemie betroffen, aber auch der Einzelhandel, der Kultur- und Kreativbereich müssen noch immer mit Einbußen leben. Das steht im Jahreswirtschaftsbericht, den die Stadt heute vorgestellt hat. In München ist natürlich der Einbruch der Gewerbesteuer. Den kann man ganz deutlich messen. Eine Milliarde weniger als 2019, statt 2,7 nur noch 1,7 Milliarden. Das ist schon ein ganz erheblicher Einschnitt. Was wir auch sehen ist, dass die IT-Branche allen pandemiebedingten Widrigkeiten zum Trotz gewachsen ist. Und das muss natürlich auch Signal für uns sein, dass wir uns auf dieses Thema in der Zukunft noch mehr konzentrieren und uns die Frage stellen, wie können wir mehrere dieser Unternehmen nach München bringen. Was der Bericht auch zeigt, der Münchner Arbeitsmarkt ist stabil, dank Kurzarbeit. Trotzdem stieg die Zahl der Arbeitslosen um rund 13.700. Das ist ein Anstieg von knapp 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In Kurzarbeit waren vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Hotel- und Gaststättenbereich, dem Einzelhandel- und dem Messe- und Eventbereich. Man muss sich dafür entschuldigen, das tue ich auch persönlich, dass wir so viele Einschränkungen hatten, dass wir so viel in München pandemiebedingt nicht machen konnten. Aber, und das ist das Gute, wir sind gut durch die Krise gekommen, wir sind jetzt auf einem guten Startplatz und jetzt die Zähne zusammenbeißen, durch die letzten Irrungen und Wirrungen der Pandemie noch durchzukommen und nach vorne zu blicken, in die Zukunft zu blicken. Das ist eigentlich mein Wunsch und ich hoffe, dass es in Erfüllung geht. Ein wirtschaftliches Highlight zeichnet sich auch schon am weiß-blauen Münchner Himmel ab. Die Wiesn soll nächstes Jahr wohl wieder stattfinden. Die Wiesn soll nächstes Jahr wohl wieder stattfinden.